hallo liebe snap-on-freunde wie ihr seht habe ich hier schon was ganz schönes vorbereitet und zwar haben wir hier von unserer marke bluepoint einen halb zoll nusskasten mit 33 teilen wir haben hier die sechskanten nüsse von 12 bis 24 millimeter und dann von drei achtel zoll noch mal hoch bis 1 1 viertel zoll drei verlängerungen sind auf der anderen seite mit drinnen wie ihr sehen könnt ihr könnt 150 75 und 250 millimeter ein kreuzgelenk haben wir noch hinten drinnen dazu noch ein knebel den man auch ab und an mal benötigt und wir haben hier noch eine halb zoll ratsche mit auswurfs hinten drauf natürlich zum umstellen kann ich erzählen genau das alles in einem schönen koffer drinnen wir können es hier einklippen zu machen und fertig zum mitnehmen falls man mal außerhalb der werkstatt etwas erledigen muss fragt einen franchise partner er wird euch dazu einen absolut tollen preis machen und vielleicht habt ihr dann auch bald so einen schönen koffer bei euch daheim ciao